Also ich habe Fernsehen geguckt und kurz vor neun war da ein Krach da unten. Ich habe mir gerade beschreiben können, was das ist. Dann bin ich rausgerannt und auf den Balkon runtergeguckt und dann sehe ich da das Auto mittel da in der Hecke drinnen. Und versucht hat, versucht rauszufahren. Und das Räder ist immer durchgedreht, gell? Oh ja, ich habe da gespielt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Na ja, dann sind sie dann ganz schaulustig gekommen und haben so geguckt und dann hat er gemerkt, dass der Kogel unten da raufgekommen ist. Und ich, da haben wir da alle geguckt und so. Und dann ist er wahrscheinlich gemerkt, dass wahrscheinlich das noch die Polizei holen. Und dann ist er dann abgehauen. Und ich habe auch die Polizei gerufen. Und dann hat er da mit Vollgas halt am Kies Dreifen halt durchgetreten. Dann hat er gewalmt und noch verbrennend ein Bummi geschmeckt. Und da hat er halt mit Vollgas, da will er unbedingt schnell, schnell, schnell raus, gell? Und da war halt nichts, gell?